Tobi? Ja. Oh. Was nicht du, oder? Nein, nein, nein. Ich seh, ich seh. Es ist erst an der Tankstelle. Okay. Entschuldigung. Ich hab ihn einmal gehatet mit der. Ich hab ihn einmal gehatet mit der. Oh! Oh! Alter, macht das grad Bock. Vor allem bei dem ist Licht, ne? Und ich bin hier mitten auf dem schwarzen Feld. Gelbe Kette? Gelbe Kette. Nicht restart, oder? Nein. Nein. Warte, kurz nach dem Restart. Ich seh ihn wieder. Ich will ihn wieder aufnehmen, aber der rindt weg. Hab ihn! Nein! Oh mein Gott! Im Rennen! Äh, nein, der ist aber nicht tot. Doch, doch, doch. Panic-Kill-Message. Oh, dann... Der ist aber tot. Ohnmächtig. Vielleicht das. Ja, warte. Kannst du wieder hinsetzen. Nimm da einfach hin. Ah, jetzt hat Nemesis wurde getötet. Warte. Ja. Das war ein Hit durch Spine. Nein, du hast es wieder getötet, ich glaub das war der. Hörst du meine Schüsse? Ja. Ich geb jetzt noch einen ab und dann kommst du da hin, okay? Ich weiß schon wo, ich weiß schon wo. Okay. Ja. Das ist ein Shotgun für dich. Puh. Einfach da hin, wo gerade die ganzen Zombies sind. Laufen. Pass auf, hier war noch irgendwo immer bei der Makarov. Von Ristad. Den Makarov auf der CZ das Ding runter. Ich kann den gar nicht gehabt haben. Warum nicht? Weil, als ich mich gerade erinnere, der Schuss ging vorbei. Ich guck's mir später in der Aufnahme mal an. Also, ich kann mich gut erinnern, der erste Schuss ging vorbei. Oder irgendwie durch die Druckwelle. Zack, ein Haar gekrümmt, sofort tot. Kleines Knochen gehabt. Und jetzt bei der Kirche. Ich glaub ich hab nicht gesehen. Da laufen nur grad die ganzen Zombies. Ja, erzähl ich denn jetzt glaub ich stehen. Bist du da hinten an der Mauer? Yep, komm. Komm. Ey, musstest du vor mir in Stein schießen? Du weißt schon, die Kugel hätte auch abprallen können und mir den Kopf legen können. Du hast an die um Player zu locken, Dennis. Hey, die ganzen Zombies, ey. Ist doch geil. Hier liegt er. Na, du bist er? Oh, ne Barretta M9. Kann ich gut haben. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Bist du genau an der Tankstelle, oder? Ja, tack, ja. Da muss ich kurz das Haus durchlooten. Hat er Essen und Trinken dabei? Ne, er hatte nur so eine Benili mit 8 Schuss und eine M9 mit 15 Schuss. Und ne Karte, Jesus Christ. Ähm. Ja. Ich hab's einem Neuen gedugt, aber nix sagen. Oh. Alter. Hier gerade noch ein bisschen die Häuser durch. Oh, mein Scope wieder drauf auf meine Waffe. Bist du das hier schon? Ne. Ne, ne, ne. Ich hab' keinen Plan, wo du bist. Ich glaub' jetzt einfach mal zu tief. Ich bin jetzt gleich an der Tankstelle. Warte, ne. Nicht sein Rucksack. Warte für ein Backpack. Oh, Dennis, da rennt zwei Spieler! Ja, hinter mir, hinter mir, das ist okay. Hab' einen getroffen. Hab' noch einen. Oh, fuck, fuck. Das bin ich der andere. Oh, hier. Fuck. Habe ich dich getroffen? Run away, run away, man. He's shooting at us. Fuck, man, Dennis. Warst du das Hemd? Hattest du ein blaues Hemd? Ja, 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 das bin ich. Ah, fuck. Der Typ hat in der Combat-Close. Ja, ja, wo ist der? Wo ist der? Ich hab' ihn nur hinter die Büsche an der Straße rennt. Ich geh' jetzt hier hoch ins Haus und geh' von hier oben da mal so'n bisschen drüber. Der ist Tankstelle, Dennis. Wo an der Tankstelle? Ja, irgendwo hier. Tobi, du hast kein normales Hemd an, oder? Ich hab' einen grünen Rucksack und er lebt. Warte mal, kannst du denn? An der Tankstelle? Ja. Das bist du, das bist du, okay. Der Typ muss hier sein. Ja, ist, glaub' ich, hinterm Autowrack. Weiß nicht mehr, wo der Autowrack ist, sorry. Weiß nicht mehr, wo der Autowrack ist, sorry. Da hinten rannt halt, Dennis. Ah, ich seh' ihn. Der Schussgrad eben war ich, ne? Ah, ja. Komm, Dennis, den müssen wir kriegen. Oh, Zombie hinter mir. Hier. Warum kann der denn so springen, alter? Muss hier weg, muss hier weg zu fliegen. Ah. Ich hab' dir irgendwo bei den Häusern verkrochen, Tobi, glaub' ich. Ja. Ah, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Hinter den Häusern, hinter den Häusern in diesem Compound. Ja? Ja, ja, ich seh' ihn auch. Er ist ganz in der Nacht, aber wackelt zwar, ich kann das nicht schießen. Ja, man, ich hab' auch grad' auf ihn geschossen. Nicht getroffen. Ränder drüben jetzt auf den Berg hoch. Ich weiß' ich hab' kein Ding. Hab' ihn, oder? Nein, was soll das denn? Jetzt aber, jetzt. Jetzt, ja, JJ. Schnell, komm, 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 Dennis. Ja, 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 ja. Ja. Er hat ja auch eine ZZ. Alter, gehst du mir heiß-kalde-cool, Junge. Sorry. Oh. All die viele Zombies. Tobi, geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Oh je. Das bin ich. Jo, naja, siehst du die Zombies? Party! Ich hab' nur geschossen mehr als ZZ. Komm weiter. Er hat da auch ne ZZ, by the way. Sehr schön, ey. Ja, ja. Moment mal, Dennis, ich glaube, seine Sachen... Also, als ich da war, der hatte sogar noch so'n... Leute, jetzt ist mein Hut auf einmal weg. Ja, ich hab's gesehen. Das ist eigentlich auch ein Hut für Heroes, Tobi. Oh. Der Hero Level 2. Okay, warte, Dennis. Oh, du bist hier schon bei mir. Komm mal mit in die Tankstelle. Ich hab' jetzt noch insgesamt... Warte. Drei Schuss, glaub' ich. Ne, fünf Schuss. Und? Ja, insgesamt. Drei Schuss. Also... Erstmal das Teil auspacken. Und hier warten. Ich kann mein Geh nicht öffnen, weil du in der Nähe bist. Aha. Bleib mal hier stehen, Dennis. Bleib mal hier stehen. Warte mal, nein, nein, nein. Lockt du die Zombies an und ich kann vielleicht den Rest von dem looten. Besser werdet mich niemals lebend kriegen. Tobi? Ja, wie... Wie in Zombieland. Gut, du lockst gerade alle an, Tobi. Alter, Tobi, da kommen... Alter, die ganze Straße ist voll... Tobi, hast du da einen Hinterausgang? Es ist besser für ein Rennen jetzt. Oh, oh, oh. Gut, gut, hier ist kein Zung. Ey, einer ist hier noch. Der ist mehr. Ehrlich. Scheißegal. LOL, wie schön an der Mauer liegt der. Alter, der hat ein Schalldämpfer auf sein. Ja, nimm, 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 nimm. Komm mit Closing. Ranger Bell. Sword Deck. Sehr schön. Ich schieße einfach in die Menge. Er kippt einfach bei Random Einer um. Okay Dennis, ich bin leer. Scheiße, ich habe sauer wenig Blut. Ich habe einen Zunger geschlagen. Muss sein, dass ich gleich ummächtig werde. Sieh zu Dennis. Oh, ich bin nicht von der Tankstelle. Kannst du irgendwie zu mir kommen? Er seh' dich. Aber ich habe keinen Portable Dings, der Wums da. Jaja, aber nur falls ein Zombie kommt und der mich läppelt, bin ich am Arsch. Warte mal hier. Ich geh dann jetzt einfach zu dem Berg da hoch. Wer ist der, Alter? Ich habe einen Zombie gerade zweimal geschlagen und bluten. Ich habe die Benedikt kurz aufgehoben. Ich schieße damit jetzt rum. Mein Sicht ist immer kurz so duf. Und mein Herz. Duf, 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 duf. Oh, jetzt rennen sie schneller. Komm, Tobi, komm, 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 komm. Alter, ich habe einen Zombie-One-Click gegeben mit meiner CZ gerade. Ich habe gerade nur das Blutfließende. Hast du den Schiss aufgehört? Ne. Tobi, den Berg hoch, den Berg hoch. Nicht seitlich darüber. Der Berg hoch. Nichts. grand honour долgt. auf.